Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuss und Frank Buschmann. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Ja, könnte was werden. Ja, gut gemacht bei diesem Block. So tritt der Gastgeber in die... Jetzt wird's gefährlich. Gefährlich. Die Riesenschon. Da senkt sich der Ball nicht rechtzeitig und geht übers Tor. Die Gastgeber sind in dieser Saison bislang die große Überraschung. Wenn die das jetzt so wirklich durchhalten, dann muss man denen eine Menge zutrauen. Sie stellen die Räume im Moment sehr gut zu. Von ihm erwarten wir heute einiges. Gerade wenn es um den Spielaufbau geht, wird er hier heute gefordert sein. Da kann er seine Stärken ausspielen. Jemers. Oh, er trifft die Latte. Gut geklärt. Das war wichtig. Kein Tor. Es bleibt erstmal beim Unentschieden, weil das Alu was dagegen hat. Mein Gott, ist da Pech dabei. Sieht gefährlich aus. Gute Aktion. Kann er was draus machen. Oh, das sah vielversprechend aus. Die Chance auf den Konter. Macht er gut. Jetzt der Ballverlust. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Was macht er draus? Er schließt. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Ungefährlicher Wahl und den hält er natürlich. Ja, da müssen Sie aufpassen. Das war alles andere als ein guter Abschlag. Konnte man gut sehen. Er steht da abseits. Schade. Ostore. Jetzt ist es gefährlich. Da trennt er ihn vom Ball. Klasse Pass. Klasse Zuspiel. Ja, könnte was werden. Der geht daneben. Ja, war klar, dass hier noch was nachkommt. Der Spieler sieht zu Recht die gelbe Karte. Ja, Wolf, da kann er sich nicht beschweren. Oh, da ist er unkonzentriert bei diesem Abschlag. Vielleicht könnte das jetzt gefährlich werden. Das ist noch gefährlich. Er geht abseits. Gefährlich. Da ist er da. Guter Zweigam. Wer hat den Ball? Was tun wir? Sieht gefährlich aus. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Abseits. Er ist zu früh gestartet. Ausdorjev. Ausdorjev. und damit ist der ball weg kann er was draus machen jemals gut gemacht den baller der torwart sicher jemals und den ball hält er problemlos pass wird abgefangen aber das war wirklich kein gutes zu spiel abstoßball war draußen er findet bislang irgendwie noch nicht so richtig in diese partie hinein von ihm kommt heute definitiv zu wenig er kommt nicht in die richtige schussposition gut gearbeitet er hat den ball super dazwischen gegangen schossen konnte jetzt machte gut jemals da geht er hin und kann den schuss abfangen jetzt gefährlich schöner einsatz wichtig dass sie da klären gibt einwurf der kopfball geht ins seitenhaus klasse pass sicher vom torwart gut gemacht sie verlieren den ball viel vorwärts drang jetzt und er gewinnt den zweikampf gut geklärt das war wichtig zwei minuten bekommen wir hier nachspielzeit gute aktion abseits er ist zu früh gestartet aus der f mit viel auge holen sich da den ball klasse so jetzt ist erstmal pause steht hier noch 0 zu 0 ich bin gespannt ob ihr ein zweiter spielhälfte kann nun also losgehen wir leben zwei teams auf augenhöhe unentschieden bisher alles ausgeglichen schön dazwischen gegangen ballverlust kurze unterbrechung der ball ist im seitenhaus jetzt der ballverlust weg ist der ball relativ unauffälliges spiel bislang von ihm oder buschi hatte pech bei seinem aluminium treffer da war einmal ganz nah dran eine ordentliche leistung abgefilfen das war abseits in zukunft wird er für west ham auflaufen das steht jetzt fest es ist wichtig dass er jetzt klarheit hat für den spieler ist es sonst eine sehr unangenehme situation die riesen schoss außenpfosten das war knapp da verlieren sie den ball da ist die balleroberung ob das die richtige entscheidung war fahren ist oben wir bekommen jetzt einen wechsel und ich bin gespannt ob der neue mann hier sofort rein findet in diese begegnen sie suchen das loch in der abwehr und jetzt ein schuss den ball entschärft er ganz locker halbe stunde noch dann ist das spiel vorbei ja sieht durchaus vielversprechend aus der assistente die fahne abseits ganz knappes ding jetzt ist gefährlich macht er gut schöner pass gute aktion vom keeper hechtet da zum ball sehr aktiv sehr aufmerksam sehr beweglich absoluter rückhalt so wie hier zu sehen aus dem angriff können sie nichts machen eine auswechslung bei den gastgebern steht an jemals viel vorwärts drang jetzt erschließt das war wieder eine gelegenheit aber sie gehen nicht in führung der ballverlust tolles zu spiel ganz enge geschichte beide gehen zum ball und dann hat der keeper auch ein wenig glück dass das gut geht und jetzt sind hier noch 20 minuten zu spielen und jetzt ist es viel mit auge gute aktion das ist die chance man spürt richtig wie die aufatmen endlich das tor ja lange mussten sie warten die ganze zeit angerannt vergeblich und jetzt natürlich nach diesem treffer riesen jubel so da hätten wir also das 1 zu 0 mal sehen wie es hier weiter geht ein gut ein gut jetzt jemals jemals der ball abgefangen super tackling er gibt abseits so da verlieren sie den ball was macht er draus guter aktion guter pass er trifft er trifft aber ins falsche tor und das auch noch zu diesem zeitpunkt im spiel da sieht er natürlich äußerst schlecht aus aber das eigentor muss er jetzt weg stecken es hilft ja nix ballverlust naja jetzt müssen sie aufpassen toller pass um einer werder an den ball gekommen aber der keeper ist da das war eine ganz enge szene schön dazwischen gegangen ballverlust da geht er vorbei jetzt der vorstoß im eigenen strafraum geht er da recht rustikal zur sache aber der schiri deutet an weiterspielen die nachspielzeit zwei minuten viel zeit ist das nicht mehr chance zur führung er zeigt auf den punkt und das ist jetzt die große gelegenheit in führung zu gehen aber den elber den musst du erstmal machen da ist viel druck er gibt den elber das ist jetzt die riesen gelegenheit buschi was wäre das für eine überraschung wenn sie hier treffen war es das dann gewinnen sie da lege ich mich fest es ist nächstes tor bei diesem strafte und damit ist es vorbei sie trennen sich unentschieden ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017